Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie erst malen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach genug! Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die US! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, niederzterrestiges, treuender Feind! Die Mission ist damit, Herr Schull, tierisch, tertiert von garböcht und immortaltestell! Aber ich bin der Manager der Freiheit,